Nachtrag zur gestrigen Nummer 321. Dort habe ich ja ausführlichst erläutert, wie Boris Johnson, also England sozusagen, jetzt genau wie die vielen anderen vernünftigen Staaten dieser Erde das Problem löst. Und zwar, dass sie sagen, ja, wir nehmen Ausländer nur noch auf, wenn sie zu diesem Bereich gehören, zu den klügsten, kompetentesten, bestausgebildeten, höchstqualifizierten Menschen dieser Erde. Die sind bei uns herzlich willkommen, denn jedes Land steht jetzt in einem gnadenlosen Wettbewerb. Jedes Land, ich habe ja gestern viel auch erklärt, dass wir alles tun sollten, dass Deutschland so attraktiv wird und Europa so attraktiv wird, dass von den zwei, ich habe jetzt mal gegoogelt, von den über 2000 Milliardären dieser Erde möglichst viele nach Deutschland ziehen wollen, weil es so attraktiv ist, in Deutschland zu leben und so weiter. Und solche Ausländer, die sich vollständig integrieren und assimilieren, da steht ein weltweiter Wettbewerb. Nur die Länder, die es schaffen, die Hochqualifizierten zu sich zu ziehen, also diesen Drain-Drain schaffen das, also die Klügsten aus aller Welt zu ihnen kommen, die werden überhaupt noch überleben in der Evolution der verschiedenen Staaten. Oder Europa kann nur überleben, wenn es ganz attraktiv wird für die Fähigsten, die Klügsten und die Reichsten dieser Erde, dass die hierher kommen. Und Boris Johnson hat ja das genau richtig gemacht, dass er sagt, herzlich willkommen, die bei uns können aufgenommen werden, aber niemand wird mehr aufgenommen aus diesem Bereich. Damit letztendlich, damit die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der Engländer steigt und sie konkurrenzfähig bleiben oder wieder konkurrenzfähig werden. Denn solange viele andere Staaten dazu neigen, hier Menschen nicht qualifizierter aus diesem linken Bereich aufzunehmen, werden die natürlich sozusagen in ihrer durchschnittlichen professionellen Leistungsfähigkeit abnehmen. Und diese Länder sind auf dem absteigenden Ast, während die Länder, die sagen, wir nehmen gerne und wir lieben Ausländer, aber bitteschön diesen Teil, die höchstqualifiziertesten der Welt und die Milliardäre dieser Welt sind herzlichst bei uns willkommen, weil das bewirkt, dass die englische Leistungsfähigkeit Stück für Stück nach oben steigt sozusagen und dadurch eine Konkurrenzfähigkeit erhalten bleibt, während der Rest Europas auf dem Kurs ist abzusteigen. Und ja, was ich vergessen habe gestern, der Nachtrag, der Anhang sozusagen, ist, dass ich völlig vergessen habe, dass wir natürlich auch, dass England jetzt natürlich noch den nächsten Schritt tun müsste, nämlich ganz klar zu sagen, okay, England, hier Boris Johnson müsste jetzt also anfangen, auch die Sozialhilfe sozusagen runterzukürzen. Sonst, ja, zum Beispiel, man könnte ja jeden Monat für jede Person, egal ob Erwachsene oder Kind, der irgendwelche Sozialleistungen bezieht, Sozialhilfe Hartz IV oder wie das auch immer in den jeweiligen Ländern genannt wird, unsere Tests haben ja ergeben, dass man ungefähr, also dass 200 Euro vollständig ausreichen, um sich kerngesund als Erwachsener zu ernähren und natürlich nicht mit dem Super-Luxus, Super-Hyper-Luxus-Bio und angeblichen Super-Futz und so weiter, dafür reicht das Geld natürlich nicht, aber um kerngesund zu leben, reichen 200 Euro im Monat und da ja zeitgleich mit den Reformen der zweiten Scientists for Future II das Arbeitsamt von einer Verwaltung der Arbeitslosbleibenden umgewandelt wird in eine Arbeitsagentur, die jeden unterbringt und niemanden alleine lässt. Also sozusagen dadurch, dass die Jobcenter-Mitarbeiter in Zukunft dann durch die Reformen der zweiten Scientists for Future II nur noch ein kleines Grundgehalt bekommen und alles sich verdienen müssen über Prämien und die Prämien sind quasi laufende Prämienzahlungen für jeden, den sie dauerhaft in gut bezahlten Jobs, je mehr sie jemanden in einem dauerhaften, gut bezahlten Job unterbringen und für die ganze Zeit, in der der Mensch diesen gut bezahlten Job hat und entsprechende Steuern zahlen, kriegen die als Prämie einen Teil dieser Steuern, die der Bürger zahlt, als ihr Gehalt sozusagen. Und dann stehen die, jeden Morgen stehen die Arbeitsamtmitarbeiter vor den Wohnungen der Arbeitslosen, holen die ab, führen sie von Betrieb zu Betrieb, sprechen mit ihnen, was sie wirklich im Leben wollen und wo sie tätig sein wollen und so weiter. Und parallel dazu müsste man dann also die Sozialhilfe, die Hartz IV und so weiter, für jede Person, auch für die Kinder, jeden Monat um 10 Prozent reduzieren. Also das heißt extreme Förderung durch das Arbeitsamt, extreme Hilfe durch das Arbeitsamt und parallel dazu die Absenkung der unnötigen und auch überhöhten Hartz-IV-Leistungen, sodass dann also Monat für Monat 10 Euro automatisch abgezogen werden, bis dann die Erwachsenen 200 erhalten und für die Kinder gibt es für die Erwachsenen keine Zuschläge mehr. Wenn die Kinder bei Null sind, ist es bei Null und bleibt bei Null. Denn Kinder ist eine Sache. Dazu sozusagen muss man beruflich erfolgreich sein, um Kinder ernähren zu können, um ein anständiges Leben zu bieten zu können und so weiter. Und wir dürfen, also England muss aufhören damit, sozusagen gerade die Arbeitslosen und die beruflich Minderqualifizierten fürstlich dafür zu belohnen, wenn diese möglichst viele Kinder sich leisten, obwohl sie noch nicht einmal selber sich richtig ernähren können. Also es muss wieder zum Anstand, zum selbstverständlichen Anstand anständiger Menschen werden, dass man ein Kind nur dann in die Welt setzt, wenn man es auch anständig versorgen kann und anständig ernähren kann und ihm auch anständig etwas bieten kann und nicht ihm eine Zukunft des Unglücks bietet und so weiter, wo die Kinder verwahrlost werden und so weiter. Und dann auch vielleicht die Eltern sich noch bereichern an den Geldern, die ursprünglich für die Kinder bestimmt waren. Ja, das heißt also, die Eltern müssen dann halt in Zukunft und das geht problemlos. Allerdings ist es dann, wenn ein Erwachsener sich problemlos mit Internetanschluss, also Telefonanschluss, Internetanschluss und Stromrechnung mit 200 Euro im Monat problemlos kerngesund ernähren kann, was alle Tests gezeigt haben. Und das wird ja dann auch von den zweiten Scientists for Future 2 unterrichtet, die ja selbst teilweise sich so ernähren, sozusagen. Das geht problemlos und man kann dann, wenn man ein bisschen noch billiger wird, wenn man zum Beispiel doch so nicht so ganz gesunde Sachen wie Kartoffeln oder Reis oder andere ähnliche Billigprodukte auch noch mit reinnimmt, kann man dann problemlos davon auch noch mehrere Kinder mit ernähren und so weiter. Also und dann ist man immer noch in einem Ernährungsgesundheitsbereich der Ernährung, der noch weit über dem Weltstandard liegt, sozusagen. Und ja, also das heißt, also der Nachtrag bezieht sich darauf, dass eben dann auch sozusagen unsere Frauen, ja, alle Frauen, die Kinder bekommen, werden ab dem Moment steuerfrei gestellt, entweder zu 100, zu 90, 80, 70, darüber muss man diskutieren, wie viel Prozent, also gehen wir, sagen wir einfach mal zum Spaß, zu 100 Prozent steuerfrei gestellt. Also alle Frauen, die arbeiten, werden steuerfrei gestellt, die, ihre Arbeitgeber bekommen vollständige finanzielle Bezahlung eines internen Betriebskindergartens. Die Frauen können sich aus einer Unzahl von sogenannten Kindersekretärinnen, die sich mal ums Kind kümmern und mal als Sekretärinnen, als Sekretärinnenhilfen, zum Beispiel, wenn die Mutter gerade ihr Baby stellt oder so. Ja, also das heißt, sodass also, und die, 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 die Unternehmer bekommen nicht nur die, also die Kindersekretärin wird von Staatswegen bezahlt, die Mütter werden steuerfrei gestellt, die sozusagen, die, die Unternehmer kriegen den Betriebskindergarten kostenlos gestellt und so weiter, wobei die Kindersekretärinnen dann ja das Personal letztendlich auch des Betriebskindergartens sind, weil die ja dann zwischen Mutter und Betriebskindergarten immer hin und her pendeln. Und so haben wir dann den notwendigen, lebendigen Kontakt zwischen Mutter und Kind an der Arbeit. Und dann kriegen die Arbeitgeber noch einen, noch Verdienstausfallzuschläge, weil die Frauen ganz sicher immer mal wieder durch das Baby, das sollen sie ja dann auch, abgelenkt werden, ein bisschen von der Arbeit, trotz der Kindersekretärin. Und da kriegen dann die Unternehmer einen entsprechenden Zuschlag, sodass sie gerne diese Mütter bei der Arbeit behalten, auch wenn sie dann während mit dem Baby natürlich immer ein Tick weniger leistungsfähig sind und das gleicht der Staat aus. Sodass wir dann sozusagen, dass die Katastrophe, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, dass circa 50 Prozent aller Professorinnen lebenslang kinderlos blieben, dass 40 Prozent aller Akademikerinnen lebenslang kinderlos blieben, dass also all unsere potenziellen Fachkräfte sozusagen lebenslang teilweise kinderlos geblieben sind. Das wird dadurch beendet, denn wir schaffen für das Mutterwerden wieder ein Paradies sozusagen. Und so ist es dann so, und wir erwarten wieder als Gesellschaft, dass derjenige Kinder bekommt, dass es zur Frage des Anstandes in der Gesellschaft wird, dass man gefälligst, wie es ja auch viele Mütter richtig empfinden, dass man gefälligst nur Kinder in die Welt setzt, wenn man ihnen eine richtige, gute Teilhabe an der Gesellschaft erlauben kann und herstellen kann. Und dass man nicht Kinder bekommt, um zum Beispiel Sozialleistungen für die Kinder zu bekommen und dann davon, was weiß ich, Alkoholzigaretten und andere Konsumgüter zu kaufen oder was auch immer. Also das ist also, das löst uns übrigens auch alle Probleme, sozusagen, denn so verschwindet dann auch die AfD. Denn alle Probleme, die Bürger sind ja nur deswegen so frustriert, weil eben so viel, also eigentlich die meisten der AfD-Wähler sind ja geringqualifizierte. Die geringqualifizierte mit einem geringen Bildungsstandard und so weiter. Und natürlich für die sind natürlich all diese Armeen von Billig-Arbeitskräften aus dem Ausland. Da war ja gestern am Samstag, der Samstag-Krimi in der ARD ging ja darum, dass dann eben die Leute nix, Mindestlohn und so weiter, diese ganzen illegalen Zuwanderer oder überhaupt Zugewanderten für drei Euro pro Stunde eben arbeiten. Manche für 20 Euro im Monat sogar als Sklaven arbeiten auf dem Bau und so weiter. Und die nehmen natürlich den vorher schon dagewesenen sozusagen Bürgern die Arbeitsplätze weg. Und das ist natürlich für die schrecklich und deswegen wählen die die AfD und deswegen wollen die die ganzen Ausländer wieder raus haben. Das verschwindet alles in dem Moment, wo es sozusagen für unsere qualifizierten Menschen in der Gesellschaft, wo man also herzlich willkommen sagt zu allen Ausländern dieser Welt, soweit sie deutlich überdurchschnittlich qualifiziert sind oder gar Milliardäre sind oder was auch immer. Und wenn dann also die sozusagen die Fehlanreizen beendet werden und das ist wieder eine Frage des Anstands wird, dass man nicht Kinder einfach nur in die Welt setzt, um dafür Sozialleistungen zu bekommen. Und dann löst sich das Problem auch ganz von selber, weil dann sozusagen verschieben sich die Verhältnisse wieder. Wir kriegen wieder im Bereich der Fachkräfte und der Hochqualifizierten wieder Massen an Kindern und wir kriegen in dem Bereich der Niedrigqualifizierten viel weniger Kinder und dadurch bleibt dann auch für die Bisherigen, die bisher gelitten haben unter der Zuwendung der Ausländer sozusagen, für die bleiben dann wieder genügend niedrigqualifizierte Arbeitsplätze entsprechend ihrer niedrigen Qualifikation. Und dann kommt es wieder zur Aussöhnung und die AfD kann wieder verschwinden und wird nicht mehr gebraucht als Wut derjenigen, die in direkter Konkurrenz zu den Billigarbeitskräften aus dem Ausland stehen. Und dadurch lösen sich all diese Probleme wieder auf, die AfD verschwindet, der rechte Spuk ist vorbei und sozusagen und schon mal haben wir dann diese Verfassungsfeindlichkeit weg und wenn dann auch noch wir es irgendwie dann ja auch noch hinkriegen durch all die Reformen der zweiten Scientist for Future 2, dass alle sich an die Verfassung halten und alle völlige Gefreitfreiheit leben, auch die Antifa und so weiter, dann haben wir wieder eine liebevolle und friedliche Gesellschaft und alles andere ist ja bei Nummer 121 zu hören und übrigens, ich kann natürlich hier nicht alles wiederholen sozusagen. Man muss schon alles studieren, alle Videos studieren, alle 320 Videos studieren und alle die gesamte Homepage der zweiten Scientist for Future 2 studieren, sonst versteht man nicht, wie die neue Welt aussehen kann insgesamt. Ja, also alles klar, das waren so die Hinweise, was gestern gefehlt hat, als Anhang zur 321. Tschüssi!